Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir haben hierfür in der letzten Folge jetzt unser ganzes Holz verbraucht. War nicht gerade schlau, aber naja. Ist dann halt so. Obwohl ich das Holz jetzt eigentlich verbrauchen wollte, um zur Bäreninsel zu kommen. Aber ich bin halt so ein Baubesessener. Aber naja, wir können... Die nächste Insel ist da hinten irgendwo. Nochmal da vielleicht hindüsen. In der Hoffnung, dass das... Ah, noch ein bisschen mehr. Komm, ich lasse den mal an. Vielleicht erwischen wir den jetzt. Wir müssen aber auch schauen, wie wir die Batterien aufladen. Wäre jetzt doof, wenn wir die einfach nur leer machen und dann wegschmeißen müssen. Weil das wäre dann sehr, sehr teuer, finde ich. Wegen Kupfer und allem. Und wir müssen jetzt auch mal wieder was essen. Wir haben jetzt aber nichts im Inventar zu essen. Das war jetzt nicht... Die... Rohstoffkammer hier. So. Komm, wir gönnen uns jetzt mal die ganzen 20 Kokosnüsse. Damit wir die Dinger auch mal leer haben. Boah, jetzt bin ich aber auch gespannt, wenn wir jetzt hier hochgehen. Wie weit können wir also wirklich sehen? Okay. Okay, wirklich weit eher nicht, aber trotzdem. Vielleicht liegt es auch einfach im Wetter. Aber trotzdem ist es eben geil, so eine Aussicht hier zu haben. Mit denen gerne auch umfärben, wirklich. Boah, es ist aber trotzdem einfach geil. Okay, da müssten wir noch ein bisschen irgendwie was machen oder so. Keine Ahnung. Gefällt mir irgendwie noch nicht ganz, wie es hier ist, aber... So. Ja, ich will runter. Ah, okay, so funktioniert es auch. Ich will mal schauen, was wir jetzt unten haben. Hier haben wir wieder fertige schwarze Blumen. Ah, die Farbe ist fertig. Nice. Okay, ein bisschen fehlt uns noch. Ein bisschen Farbe. Sind wir gerade unter Wasser oder warum hört sich das jetzt so an? Ne, es hat einfach nur aufgehört, das Plastik hätten wir noch gebraucht, um voll zu machen. Oh, es wird dunkel. Das heißt, weil das Licht hier angeht. Kommt, da legen wir uns mal pennen. Kann tagsüber nicht einschlafen. Ach so. Ist es noch Tag? Okay. Tag 105 immer noch. Können wir auch halbe Wiesen machen, so. Schauen wir uns mal an. Wo waren die denn? Ne. Eine Vogelscheuche können wir bauen. Und einen Sprinkler. Die Dinger brauchen wir, aber wir brauchen explosives Pulver. Da kommt schon die Insel. Nice. Aber jetzt gehen wir mal pennen. Jetzt ist es dunkel. Genug. Jetzt will ich sehen, ob wir das auch von Weitem, also von oben, besser sehen können. Es ist nicht immer einfach hochzukommen. Da haben wir auch noch eine kleine Insel. Aber wir haben ja schon zu der da gedreht, die da hinten sein soll. Jetzt sehen wir sie. Ein bisschen. Ja, komm. Ja, jetzt sehen wir sie da hinten. Haben wir denn genug Holz für eine neue Axt? Ja, dafür haben wir genug Holz. So, Axt. Rot müssen wir noch rausholen. Eins. Zwei. Neue Metall-Axt. Und dann könnt... Stimmt, jetzt können wir auch noch einmal hier zumachen. Und dann brauchen wir noch die Schaufel für nachher, um noch mehr Dreck zu holen. So, wie weit ist denn jetzt die Insel? Okay, Gulliver habe ich schon fliegen gesehen. Und Heribärts werden da auch jede Menge wieder sein. So, wie steuern wir die jetzt an? Okay. Ich glaube, zwei Segel machen schon einen ordentlichen Unterschied. Wie schnell wir irgendwo hin schwimmen, sag ich jetzt mal. Aber ich hätte gerne hier auch noch mal sowas in der Richtung. Vielleicht baue ich das genauso nach hier. Nur statt, dass da oben dann so ein Ding ist, noch ein dritter davon, hier hinten, dass wir fünf Segel insgesamt haben. Das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, wir müssen mehr Palmblätter sammeln. Dann brauchen wir 100 Palmblätter. Was brauchen wir eigentlich alles für Segel nochmal? Wo sind sie denn? Hier. 50 Planken, 100 Palmblätter und 15 mal Schrott. Werden wir brauchen. Ich denke, die Dinger werden wir auch trotzdem noch irgendwie einsammeln. So. Ach nee, warte, wir haben ja schon zwei, also drei brauchen wir noch. Also 60 Palmblätter. Genau, Schrott erstmal. Nein, das ist das Falsche. Für Schrott. Hier ist für Schrott. Dann machen wir da noch einen dritten. So, was können wir hier noch? Die Rübe können wir hier einlagern. Ah, das müsste nah genug sein. Gehen wir mal runter. Und was haben wir hier jetzt alles Schönes? So. Wir müssen das auch mal ein bisschen anders sortieren, vielleicht. Was haben wir noch auf Tasche jetzt? 20 mal Planken. Die Planken lassen auch... Ich gehe mal in den falschen Raum. Komm, die Planken lassen wir jetzt auch ausnahmsweise mal hier. Dann gehen wir jetzt unseren Stuff sammeln. Ah, Boris, nein. Böser Boris. Und er erwischt mich trotzdem. Da unten ist er. Okay, bitte bleib da unten. Und jetzt nochmal hier rum. So. Ach, ne. Heribert hat uns schon im Visier. Autsch. Weige ich auch noch in die falsche Richtung aus. Also, der muss aber auch eine Kiste haben hier. Zählt das auch noch als Kisten? Okay, mal schauen. Was wir jetzt Schönes hier haben. Ich würde vielleicht die Kokosnuss hier hinpacken. Böser Heribert. Ja, bitte bleib stecken. Genau. Hau ab. Bitte geh. Geh mit Gott, aber geh. Okay, jetzt sind wir nicht mehr in seinem Visier. Komm, ich will hier hoch. Hallo. Ja, egal dann. Okay. Okay, Heribert ist da hinten. Ist das eine Höhle oder? Ne, ist keine Höhle. So. Den hier dann noch. Können wir gleich die ganzen Kokosnüsse uns wieder gönnen. Wir werden hier locker wieder bei 15 Stück sein oder so. Ach so. Dann können wir den wegschmeißen. Die tauschen wir mal. Das kommt hier hin. Der bleibt hier. So, jetzt den Dreck sammeln. Hier. Hier. Hier ist schon mal ein Feld. Wiese, die wir jetzt haben. Okay, aber weiter geht's hier jetzt auch nicht, ne? Da ist Dreck. Na, da ist ein Pilz. Okay, Gulliver hat uns aber auch schon im Visier. Hier ist aber irgendwo noch ein Höhleneingang. Wenn da so ein Höhlenpilz war. Die Frage ist nur, wo ist denn der Eingang dafür? Und hier ist dann nichts sichtbar. So, dann gehen wir erstmal nach oben. Komm. Eben schnell essen. Den Baum nehmen wir auch noch mit. Ah, da ist auch noch einer, den wir vergessen haben. So, dann gehen wir hier mal hoch. Hier müsste jetzt Gulliver nix mit uns machen wollen. So. So. Unsere Taschen werden dieses Mal richtig voll sein. Ich sehe schon. Und dieses Mal werden wir wirklich alles brauchen, was wir hier mitnehmen können. Was wir hier finden. Ich sehe aber hier jetzt unten keine weiteren Bäume, die ich mitnehmen kann. Die Höhle waren wir ja gerade. Da ist noch ein Höhleneingang, oder? Ist das ein Höhleneingang? Ja. Hier haben wir es. Ja. Hier haben wir es. Ach so. Toll. Toll. Fällt mir gerade nix zu ein, wie ich, was ich dazu noch sagen kann. Hier unten waren wir nämlich gerade. Genau. Wir haben diesmal nur fünf Erde. Komm, hoch. Warum nicht welche hoch? Nicht runterrutschen. Nicht runterrutschen, habe ich gesagt. Na, wird ein bisschen weniger sein auf dieser Insel, glaube ich. Als auf der vorherigen. So, was können wir wegschmeißen? Das. Und das. Und das. Den Rest können wir tatsächlich ausnahmsweise mal wirklich gebrauchen. Selbst die, die Palmenblätter. Hätte ich nie gedacht, dass wir Palmenblätter brauchen. Und zwar so eine Menge. Oh, konnten wir alles einsammeln, ohne etwas. Krass. So, das weg. Wir machen mal so. Autsch. So. Und das ist, glaube ich, jetzt der Letzte. Wir schauen noch einmal. Ja, Gulliver. Ich weiß, du hast mich lieb. Na, dann gehen wir mal zurück. Zurück aufs Schiff. Keribert hat uns jetzt noch nicht im Visier, aber wird er sich gleich auf uns stürzen. Jetzt. So, und, wo ist Boris? Da ist Boris. Und er erwischt mich trotzdem. Okay. Jetzt wird er mich gleich noch mal erwischen. Ich sehe schon. Okay. Hat er nicht. Also. Erst mal das hier. Und dann jetzt noch ganz schnell wieder mit der Strömung. Ah, jetzt fängt er an, sich zu drehen. Okay. Das Fähnchen, meine ich. So, dann können wir jetzt noch einmal schlafen gehen. Mit dem ganzen Dreck auf Tache. Dann ist jetzt die Frage, äh, genau, Segel können wir jetzt einen erst mal noch machen. Den stellen wir trotzdem erst einmal einfach so hier hin. Einfach so erst mal. Bei uns später den hier hin. Oder wir bauen jetzt alle drei. Alle drei, die wir brauchen. Dann sind wir die Palmenblätter schon mal los. Genau. Eins, zwei. Okay, Palmenblätter müssen wir dann jetzt trotzdem noch mal ein bisschen sammeln. Okay, krass, wie wenig wir jetzt noch von den Dingern hier. Hier haben. So, Metallwaren. Sind wir jetzt auch schneller? Mit drei Segeln. Hier will ich jetzt nämlich wirklich genau so ähnlich machen wie hier. Zwei hoch. Dann kommen so zwei an die Seite. Und dann nochmal zwei hoch. Ne, ich glaube dann nur einer. Einen hoch und dann kommt der dran. Nach ganz oben. Aber dann auch mit Leiter. Und dann will ich mal schauen, ob man vielleicht über Mods oder sowas irgendwie so Seile so überall anbringen kann. Dass das irgendwie ein bisschen cooler aussieht. Die drei werden wir aber noch nicht streichen. Also so wie die schwarz färben werden wir noch nicht. So, jetzt wollen wir aber noch Wiese bauen. Dafür brauchen wir jetzt nochmal Kunststoff. Kunststoff haben wir ja hier. Eins, zwei. So, und so. Ich höre hier wieder Möwen. So, einmal voll machen. Achso, hier haben wir vergesst zu gießen. Toll, jetzt haben wir getrunken. Oh, das nehmen wir gleich mal mit. Da war ein Fass irgendwo. Ach, Farbe. Müssen wir auch mal mitnehmen. So. Und dann müssen wir jetzt mal ganz schnell. Können wir bis da hinten schwimmen. Die beiden müssen wir ja auch noch reichen. So, haben wir jetzt geschafft. Okay, dann sind wir hier unten eigentlich, was Streichen angeht, fertig. Ist jetzt nur noch die Etage hier. Und dann fangen wir mal mit der Wand hier an. So. Dann können wir hier nochmal die Dinger alle voll machen. So. Achso, Seile sind nicht hier. Hier sind Seile. Aber hier sind Palmblätter. Die müssen wir... Hallo, Palmblätter. Und Steine können wir wegschmeißen. Aber das können wir auch nochmal hier... Ah, hier haben wir noch 20. Okay, gut. So. Und dann weg mit den Steinen gleich. Tschüss. Und jetzt fangen die an zu wachsen. Nice. So, die Schaufel können wir auch erstmal wieder einlagern. Boah, ich liebe die Musik jetzt. Ah, der geht auch immer weiter weg. Aber wir kommen da gleich auch nochmal an die Insel ran. Ich bin wirklich am überlegen, das hier jetzt schon so anzufangen. Das heißt, der muss einmal weg. Achso, Nägel fehlen. Hier bin ich falsch. Hier. So, wo? Dach hier. Nägel. Komm, wir machen sogar ein paar mehr an Nägeln. Alle Schrott schon mal weg. So, wo ist denn die Mitte hier? Das ist die Seite, wo man vorkommt. Ja, ja. Und so. Mehr in die Höhe gehen wir nicht. Aber wir brauchen wieder Schrott und Nägel. Aber dann tun wir den erstmal hier hin. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. In der nächsten Folge werden wir das hier noch einmal ausbauen. Und dann machen wir uns auf den Weg zur Bäreninsel. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus. Ich bin's, euer Max Deus.